Sönke und Jelle auf Reisen Offen für alles, was das Leben bringt Neue Plätze, neue Menschen, die uns umbringt Komm und reise mit uns, die Welt erkunden Mit Sönke und Jelle, die Herzen entzünden Heini rollt weiter, Sonne fällt im Wind Bis der Mädchen ein neues Abenteuer beginnt Griechenland, wir kommen an Was für Abenteuer uns erwarten kann Lachen, tanzen, am Strand ein Lied Ob der Traum erfüllt wird oder doch entfliegt Wir fahren und fahren, doch eins ist klar Griechenland, du bist bestimmt wunderbar Na Schatti, was ist uns dann jetzt passiert? Ja, und die Klopumpe funktioniert nicht mehr so Also die Spülung läuft nicht so Dann haben wir uns schnell mal hier eine neue Pumpe geholt In Griechenland, Thessaloniki? Ja, genau Geht eigentlich, ne? Ja, werde ich nachher einmal einbauen Und dann wird das teuer? Nö Kein Urlaub? Nö Wäre auch in Deutschland passiert Ja, genau Komm, weil du immer so viel auf Klo gehst, ne? Ja, richtig Nicht in die Heck geht Ja Nein, das macht man nicht Okay, jetzt geht's weiter An diesem Ort ist auch noch ein Camperstop, wie wir mitbekommen haben Ja Wir fahren da jetzt nochmal im Kreis rum, weil da vorne darfst du, glaube ich, nicht raus Du musst einmal rumfahren und da hinten raus Achso, okay Na, und dann zeigen wir euch nochmal den Camperstop Sieht sehr voll aus Ich würde das empfehlen, zu reservieren, hier anzurufen Ich weiß ja nicht, wie die das hier machen Nee, aber wir machen den Link mit in die Beschreibung Und dann, dass, wenn man hier stehen möchte, für Thessaloniki angucken Dann wäre das besser, mal reservieren Also Fair- und Entsorgung haben die hier auch Ja Ja Nett fragen, dann darf man auch entsorgen Ja Gut Jetzt bin ich da auch nicht Ich sehe trotzdem in Spielen Da vorne Ich sehe aber meinen Spielen Mann, fahr einfach und hör auf zu diskutieren Bist du bis nach Griechenland gekommen, kommst du nicht um die Ecke Der erste Stopp Das Navi spinnt Doch was soll's Die Reise beginnt Mit Väter und Wein Direkt am Meer Ist das wirklich echt Oh je, so viel Verkehr Der Wind im Haar Die Füße im Sand Fahren wir wirklich ins Zauberland Der Motor brummt Der Motor brummt Die Straße ruft Wir müssen doch nochmal tanken Uff Opa Griechenland Wir kommen an Was für Abenteuer uns erwarten kann Lachen, tanzen am Strand Ein Lied Ob der Traum erfüllt wird oder doch entflieht Wir fahren und fahren Doch eins ist klar Griechenland Du bist bestimmt wunderbar Das Wohnmobilpark Auf nem schlägen Platz Ein Bus und zu viel Nähe Kett nochmal nach Die Taberne toll Die Gläser nie leer Da ist es So, jetzt geht es einmal durch Thessaloniki Der Verkehr wird schon heftiger Zur linken Seite Ist der Flugplatz Den man jetzt nicht sieht Flughafen Thessaloniki Für unseren Namen So, jetzt Geld bezahlen Schon wieder Wie wollen die denn jetzt? Das hab ich noch Was? Auf Santorini scheit die Sonne Vita auf dem Brot Mestes und Razzina Das ist unser tägliches Gebot Schneller Kopita Im Ofen Dolmaris auf dem Tisch Mit Pita und viel Lachen Wird das Leben herrlich frisch Osogeos Sirtaki Das ist Griechenland Kalimera Kalispera Feiern Hand in Hand Mit Suflaki Und Baklava Wird der Tag zur Nacht Komm wir tanzen Auf Mykonos Bis der Morgen lacht Das ist Griechenland Und das ist grünen 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 Schatzi, was ist jetzt in Griechenland? Regen, Gewitter, alles mögliche. Ja, aber das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein hier. Ja, das ist ein paar Minuten wieder weggetrocknet. Und das ist abends, wir hatten den ganzen Tag super Wetter, gar nichts, alles super. Schön am Strand noch gegessen, war echt schön, auch angenehm. Ja, es war ja nicht zum Glück heiß. Und obwohl hier jetzt Unwetter ist, hatten wir das auch nicht schön warm oder so, ne? Naja, war ja nicht mehr, der Wind war ja da. Das ist ganz schön. Ne, gut schön. Deine So, wir stehen jetzt direkt am Strand. Wir stehen direkt am Strand. Irgendwo in Griechenland. Wie das morgen früh aussieht, sehen wir. Was für Lichter hier. Da kannst du den ganzen Nacht bald zugucken. Na ja, erst mal gute Nacht. Das ist jetzt gerade unser Stellplatz. Hier sind wir heute Nacht angekommen. Aber wie man sieht, hat hier wohl der Sturm ein bisschen was kaputt gemacht. Oder weggespült. Auf jeden Fall ist hier ein steiniger Strand. Wir werden nur noch eine Tasse Kaffee trinken und dann fahren wir weiter. Das ist schade. Leider sieht es am Morgen hier so aus. Das haben wir gestern Abend nicht gesehen. Und deshalb fahren wir hier wieder weiter. Es ist nicht so angenehm. Alles voller Müll. Die Müllabfuhr war da und nimmt die Säcke nicht mit. Wir verstehen das gar nicht. Ist wahrscheinlich deren System. So weiter geht's. Wir suchen uns einen schönen Ort. Wir haben hier wieder mal eine Mautstelle. Vielleicht sind es 9,40 Euro. Ich hoffe nur 3,70 Euro. Ich kann mir das nicht erklären, warum wir als Wohnmobil hier so abgezockt werden. Also was heißt abgezockt? Natürlich kostet das Wohnmobil. Oh, das ist gestrichen. Ne, das ist nur da drüben gestrichen. Ja, 9,40 Euro. Das ist doch verrückt. Wieso müssen wir und 3,5 Tonnen so viel bezahlen? Aber das macht nichts. Zahle Mann und Söhne. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Als ob einem nicht schon schlecht genug ist hier in den Bergen. Ne, es gibt doch noch was zu essen. Alter. Guck Wasser. Er hat ja ein bisschen geregnet. Ja. Stangenboden. Stangenboden sind das. Ja. Das sind bestimmte Stangenboden da. Genau. Da oben auf dem Berg. Da wachsen die Stangenboden. Ich habe noch keine Bohnfelder gefunden. Keine dicken Bohnen und keine dünnen Bohnen. Kiwi haben wir gesehen. Kiwi, Weintrauben. Wein, also Trinkwein am Baum aber noch. Oliven. Oliven. Richtig dicke, fette, grüne Oliven. Ich habe aber auch noch kein Wasser mit dem Umfeld gesehen. Das ist ja wie Kürbis. Also habe ich nicht gesehen. Daumenwolle haben wir gesehen. Ja. Und jetzt sind wir in den Bergen. Also ich mache mal aus. Ich glaube, das ist mit den ganz scharfen Dingern super. Soll ich ber Ehren? Dann sind wir wieder rein. Dann sind wir hier bei dem an. Kürbischen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gebe dich weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe wieder auf den Bkunst! Wir sehen uns die Geräusche nochmal. Musik Musik Wir fahren jetzt auf dem festen Land, der, wie nennt man das denn, also wir sind auf dem Weg zum Peloponnesen, noch sind wir auf dem Festland, westliche Seite von Griechenland und wollen auf die südliche Seite vom Peloponnesen, in der Nähe von Patras, entweder über die Brücke oder mit der Fähre, das muss Sönke gleich noch entscheiden. Normalerweise können wir die Fähre nehmen. Möchtest du die Fähre nehmen? Ja. Kannst du die Brücke filmen, ne? Das könnte man machen, ja. Ja, ok. Aber wir fahren da ja auch noch wieder zurück. Wir müssen ja wieder zurück. Ja. Dann können wir ja was anderes nehmen. Dann werden wir heute mal die Fähre nehmen. Das wäre ganz gut. Dann hat Sönke auch eine Pause. Ne? Dann erstmal noch ein bisschen griechische Landschaft. Also, ist gar nicht so viel anders hier jetzt als in Kroatien. Aber schön. Naja, hier geht es ja in diesen Ferienort rein und sieht es halt nochmal wieder richtig schön aus. Wir haben auch schon andere Stellen gesehen, aber das ist, wenn man so viele Kilometer in einem Land fährt, sieht man auch mal nicht so viele Ecken. Ja. Hast du noch was zu sagen? Nein. Guck mal. Halt nichts mehr zu sagen. Dann musst du halt gut da ablegen, wo die Fähre draufstehen, ne? Ja, wenn ich das lesen kann. Da wird ein Schiff sein. Ja. So wie bei uns auch, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ach so, wie wird das schon mal regulieren, dass ich da noch nie verpackt? Ja. Aber jeden hat der Fähre unplugству quer und so. Ja. Hier ist so eine wunderschöne Stadtmauer. Ist es eine Stadtmauer? Hier ist eine Ferry. Und die Ferry fährt gerade. Aber du musst ja noch Tickets kaufen. Wir sind hier in Griechenland. Wir fahren hier einmal mit der Fähre. Hier unten stehen wir. Die Brücke, die nehmen wir vielleicht das nächste Mal. Jetzt gucken wir mal. Für diese Überfahrt zahlen wir 12 Euro. Wir fahren damit so einem ähnlichen Ding. Hier werden wir alles vollgepackt. Hier ist es ein Bild. Hier ist es ein Bild. Hier ist es ein Bild. Das ist ein Bild. Okay, wir haben ein Termin. Wir müssen uns gefahren nach Termin. Wir müssen uns auf dem Weg gehen. Ich bin jetzt ganz oben. Die Klappe geht schon zu. Das geht ja recht zügig hier. die Verwandte geht nur zusammen dedans. Die Klappe geht es auch zu. Die Klappe ist fest. Good. Die Klappe gibt Gas. Das ist schon ein riesiges Bauwerk. Eine kleine Brücke. Das ist schon ein riesiges Bauwerk. Das ist schon ein riesiges Bauwerk. Ich gebe noch mal eine Vorne Kuchen. Hier ist der Z-Bahn. Hier ist der Z-Bahn. Hier ist der Z-Bahn. Hier haben wir keinen Z-Bahn. Zu still. Wenn wir über die Brücke fahren, müssen wir Maut zahlen. Wenn wir die Fähre nehmen, müssen wir hier die Fähre bezahlen. So, wir legen jetzt gleich an. Ich glaube, ich könnte jetzt auch wieder ins Fahrzeug gehen. Das dauert nicht mehr lange. Mit guten Männern dann gleich wieder auf die Planken klettern. Das ist so leid. Das ist so eine Angst. Ich saß da drin. Ganz toll. Dann muss ich es erstmal rausrollen. Das ging nicht. Als die Motoren losgingen. Das ging nicht ohne. Das würde bei uns gar nicht gehen, der Vorschrift hat sich so. Ja, richtig. Das ist... Kein Wunder, dass Wohnmobile ins Wasser fallen. Fast gewohnt werden wir ja auch noch. Wir haben da drüben ja wohl gehackt. Ja. Aber... Auch von der Schnelle her. Mit Zügeln... Ja. Entschuldige, jetzt auch mit Schwung zu rechnen. Ja, ja. Ja. Da fährt er nur noch weit rauf. Jetzt funkt da noch ein Kapitän. Ja. Kannst du mal kurz halten? Ja. Kannst du mal kurz halten? Hast du oben die Dämpfe auch dazu? Ja. Alle auf einmal? Ja. Alle auf einmal. Boah. Mein Spiegel, meine Kante, mein Wohnmobil. Guck mal. Guck mal, da klimpert es nicht. Ja. Aber jetzt weg ab. Ja. Dann klimpert das Wohnberg auch. Wieder mal kurz anreifen. Ja, das kannst du ja machen. Weil ich muss ja auch meinen Lautsprecher wieder lautstellen. Wenn hier mal eine Frau, die 30 mal gesagt hat, du sollst wenden. Wir sind? Wir sind drüben. Eine Pille. Pony. Ach, dann pille die Pony. Kriegt sie. Wir haben es geschafft. Hallo. Bei mir unterern. aches Ihr seid jedes Video, das ihr teilt, euer Support, das gibt uns Kraft, mit jedem Klick, der Freude schafft. Oh, wir danken euch von Herzen, für jedes Like und jedes Wort. Abonniert, bleibt dabei, mit euch geht's immer weiter fort. Eure Likes sind wie ein Stern, sie leuchten hell so nah und fern. Kommentare, die uns inspirieren, wir können's kaum erwarten, euch zuhören. Wir wünschen euch nur das Beste, Glück und Liebe nie im Stress. Kommt zurück, schaut wieder rein, lasst uns gemeinsam fröhlich sein. Oh, wir danken euch von Herzen, für jedes Like und jedes Wort. Abonniert, bleibt dabei, mit euch geht's immer weiter fort. Liebe Grüße und bis denne, eure Sönke und Jenne. Wir freuen uns aufs nächste Mal, mit euch wird's wieder genial. ARD Text im Auftrag des WDR